Hallo, hiermit spreche ich eine königliche Einladung aus, nämlich im Mai nach Imst zu kommen, in das Haus des Lebens. Imst liegt in Tirol und ist ein wunderschöner Ort mit vielen Möglichkeiten des Wanderns und die längste Rodelbahn Europas ist, glaube ich, trockenrodelbahn, das macht unheimlich Spaß, aber es geht eigentlich um mehr, es geht um das Thema Heilung. Wir gehen in der Zukunft verstärkt, verstärkt in diese ganze Dimension von Heilung hinein. Ich spüre, dass der Geist Gottes sehr betont, die Welt ist so krank, viele Menschen sind so krank und es geht darum, dass wir dasselbe erleben, Heilung selbst empfangen im ganzen Umfang und dann aber auch das zu tun, was zu Jesus uns beauftragt hat. Ja, geht hin, verkündigt das Reich Gottes und heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, macht die Blinden sehend, die Tauben sollen hören, die Lahmen sollen gehen und Tote werden auferstehen. Ja, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es weiter. Das ist es, worum es geht, das normale Leben mit Jesus. Und noch etwas, wir werden dort zusammen sein, mit wunderbaren Menschen aus den verschiedensten Regionen des deutschsprachigen Raumes. Ich werde mit einem Team dort sein und ja, es wird dein Leben wirklich verändern. Und du wirst sehen, auch in dieser herausfordernden Zeit von Corinna, ja, ist vieles möglich. Ja, und es geht auch immer wieder darum, wie kommst du in deine Bestimmung und dann fokussiert auf deine Bestimmung hin zu leben mit Gott. Ja, also, ich freue mich dich dort zu sehen. Ja, ich freue mich. 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 Bis zum nächsten Mal.